Du hast negative Gedanken? Heute wirst Du ein kräftiges Werkzeug bekommen um diese belastenden Gedanken zu vernichten. Guten Morgen! Du wirst heute einen fruchtbaren Blick auf das Thema Verdrängung erhalten. So fruchtbar, dass Dein Leben plötzlich ein unglaublich faszinierendes Potential an Freiraum erhält. Bei der Revolution hatte ich Heike kennengelernt, die mir nach meinem Vortrag bei der Revolution ihr Problem mit ihrer Arbeit mitgeteilt hat. Ihr Job sei unsicher, weil die ganze Branche derzeit automatisiert wird. Sie kann abends nicht mehr einschlafen und wird auch tagsüber immer wieder von erdrückenden und belastenden Gedanken eingeholt. Möchten diese Gedanken ihr vielleicht irgendetwas sagen? Natürlich! Ihr Job ist nicht sicher. Es ist wichtig das zu realisieren um, sollte der Fall des Jobverlustes irgendwann eintreten, nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren, nicht im Nichts zu schweben und wie aus heiteren Wolken zu fallen. Es ist, und dafür ist das Gehirn da, wichtig zu erkennen, dass der aktuelle Beruf nicht sicher ist. Dafür ist dieser Gedanke auch produktiv und das will dieser Gedanke eben auch sagen. Punkt Ende. Heike liebt ihren Job und hat Freude dabei. Um nichts in der Welt würde sie diesen Job aufgeben wollen. Denn auch die Beziehungen und das Arbeitsklima sind wunderbar. Die Beziehungen mit ihrem Kollegen und ihrem kompletten Arbeitsteam sind wunderbar. Aber der Gedanke daran dass es enden kann kommt immer und immer wieder. Und was sie versuchte war diesen Gedanken zu verdrängen. Ihre Lebenspartnerin meinte dann zu ihr, dass sie sich doch den Realitäten stellen müsse. Heike du verdrängst das nur. Nichts ist sicher und man muss sich das auch immer und immer wieder sagen. Nichts auf dieser Welt ist sicher. Man muss das immer wieder realisieren, dass nichts sicher ist. Muss man das? Denkst du dass man das muss? Schreib das mal direkt unten in die Kommentare und mach dann das Video weiter an. Mal sehen ob sich das verändert oder was du denkst. Schreib jetzt mal in die Kommentare ob du denkst ob man das muss. Und für Heike hat sich das dann auch stimmig angehört. Verdrängung ist schlecht. Und da haben wir wieder dieses Dichotome Denken. Ein Wort in dem Fall Verdrängung wird in vielen Gehirnen dieser Welt in den Kasten gut oder in den Kasten schlecht abgelegt. Differenziert halt. Also diese Graustufen das braucht viele Kästen. Das wollen die meisten nicht. Und die Strukturen und das System in dieser Welt wollen die Gehirnkapazitäten eher klein halten der Menschen. Wir sollen funktionieren. Wir sollen kaufen und am liebsten still sein. Nein Heike. Nein der auch immer dieses Video schaut denkt selbstständig. Wissen verändert und verfeinert sich. Denke selbstständig. Wirklich selbstständig. Warum sollte sich Heike jeden Tag immer und immer wieder daran erinnern, dass ihr Tonner Beruf vorbei ist. Aus meiner Sicht macht es viel mehr Sinn sich dieser Realität tatsächlich einmal zu stellen, diese zu vergegenwärtigen und zu durchdenken. Zumindest solange sich grundsätzlich erstmal nichts an dieser Situation ändert. Und die sich stellen soll nicht nur einfach mal so geschehen. Sondern man soll die Stift und Büchlein zur Hand nehmen oder das Handy das Problem aufschreiben und alle Gedanken die man dazu hat niederschreiben. Dann überlegen. Gibt es eine Handlung die ich jetzt aufgrund meiner Gedanken ausführen möchte. Wenn ja dann weiter überlegen wie und wann und so weiter. Aber wenn nein und das ist der Standard bei negativen Gedanken dann ergibt es in dem Moment nichts zu tun wie ich könnte meinen Job verlieren. Dann gilt es diesen Gedanken zu verdrängen. Der Gedanke war wichtig und deshalb ist er zu Dir gekommen. Du hast ihn bearbeitet nach bestem Wissen und Gewissen. Punkt. Abgearbeitet. Der Gedanke der verdrängt wird ist selbst generiert und keine höhere Botschaft mehr. Durch Verdrängung schwächt man das neuronale Netz was für die Sensibilität dieses Themas kreiert wurde. Damals mit einem Sinn. Nun braucht man es nicht mehr. Der Schritt zu erkennen dass Verdrängung in diesen Fällen gut ist weil man den Gedanken abgearbeitet hat ist essentiell. Das schlechte Gewissen dass man dieses Problem verdrängt hat. Das ist auf einmal dann auch nicht mehr da. Wenn man wirklich dieses Problem ernsthaft mit Stift und Zettel oder mit Handy bearbeitet hat, wenn man das Gefühl hat man hat dieses Problem bearbeitet und nicht nur mal kurz durchdacht, sondern bearbeitet. Und das ist der erste wichtige Schritt den ihr tun müsst wenn ihr einen negativen Gedanken habt euch das aufzuschreiben. Was ist der zweite Schritt? Es tatsächlich schaffen nicht daran zu denken. Das erste ist die Vorstufe. Jetzt der zweite Schritt ist es tatsächlich zu schaffen dass man nicht mehr denkt. Sich nicht von den schmerzhaften Gedanken einholen und bestimmen zu lassen. Und dafür haben wir 3 faszinierende Möglichkeiten. Erstens bedenkt man nichts. Wie das geht erkläre ich Dir gleich. Die zweite Möglichkeit wir denken an etwas anderes. Die dritte Möglichkeit wir lassen den Gedanken durchfließen. Also wir werden transzendent. Die dritte Möglichkeit ist meiner Meinung nach der Königsweg. Und dazu habe ich auch schon ein eigenes Video gemacht. Was ich allerdings auf die Schnelle nicht gefunden habe. Ich habe mittlerweile fast 3000 Videos. Also falls einer von Euch noch den Link irgendwo hat zu meinem Transzendenz Video würde ich mich sehr freuen wenn ihr ihn unten in die Kommentare posten könnt. Die zweite Möglichkeit an etwas anderes zu denken ist diese die am schnellsten durchführbar ist. Wenn Du noch an einem Punkt bist deine Gedanken irgendwie unter Kontrolle zu haben und nicht dass Dich deine Gedanken so übermannen dass Du gar nichts mehr selber denken kannst. Dann kannst Du diese Möglichkeit wirklich sehr gut nutzen und sofort praktisch umsetzen. Und was ganz einfaches dabei ist wenn Du jetzt zum Beispiel das Gedanke Jobverlust und Du denkst dann an irgendetwas anderes. Zum Beispiel Du denkst an Dein Kind oder an Deine Mama oder an Deinen Papa was der gerade tut oder du denkst an Dein Beruf oder du machst es ganz einfach und praktisch was immer funktioniert. Du fokussierst einfach auf ein Gegenstand in Deiner Nähe und fängst ihn an zu beschreiben. Also all das einfach zu sagen und in diesen Sekunden oder Minuten ist dein Verstand beschäftigt und der andere Gedanke verfliegt. Und das musst Du einfach machen. Und manchmal geht es nicht dass man das laut tut dann muss man natürlich das versuchen geistig zu tun. Aber laut ist es natürlich noch besser weil man hört sich ja dann auch nochmal. Und damit ist der Gedanke dann nicht präsent weil Du gerade auf etwas anderes fokussierst. Und das tust Du rigoros und konsequent. Damit suggerierst Du auch Dein Unterbewusstsein dass Du nicht bereit bist Dich von alten Gedanken musst um Steuern zu lassen. Das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch. Nein Du verhältst Dich ja so. Du bist ja aktiv so. Du lässt Dich nicht von alten Gedankenmustern steuern. Und umso häufiger Du das machst umso weniger unternimmt das Unterbewusstsein in Zukunft den Versuch Dich zu automatisieren. Dann kommst Du zwar an einen Punkt wo Du in Deinem Leben viel langsamer und unproduktiver wirst. Aber das was Du tust das machst Du bewusst. Mut zur Langsamkeit nennt sich das. Entschleunigen. Wir sind alle auf Produktivität getrimmt und auf maximalen Erfolg und nicht auf individuelle Lebensqualität. Das ist das System in dem wir leben. Und diese individuelle Lebensqualität daran hast wirklich nur Du Interesse. Und solltest Du das Glück haben jemanden zu kennen der dich liebt, der dich aufrichtig liebt, der wirklich Interesse an Dir hat. Meistens sind das die eigenen Eltern. Ansonsten ist die Liebe häufig eine Zweckbeziehung in unserer Gesellschaft. Dazu habe ich auch schon genug Videos gemacht. Also nur Du hast ein Interesse an der individuellen Lebensqualität. Und geh einmal tiefer in diesen Gedanken rein bevor wir dann zur dritten Möglichkeit kommen. Warum sollte das gesellschaftliche System ein Interesse an Deinen individuellen Interessen und Deiner Lebensqualität haben? Das System ist so gestaltet, dass der kollektive Nutzen maximiert wird. Und daran ist erstmal auch nichts Verwerfliches. Wir leben in Deutschland. In einem wunderbaren Land. Aber der einzelne Mensch ist da nicht wichtig. Wie in jedem System. Das System muss funktionieren. Aber Du schaust Dir dieses Video an, weil Du individuell etwas verändern möchtest. Du möchtest Dich von Deinen schmerzhaften Gedanken trennen oder Du möchtest nicht Dein Leben von diesen Gedanken bestimmen oder diktieren lassen. Und damit sind wir dann bei der ersten Möglichkeit und das ist die welche ich selber nutze. Die ist nicht schlechter oder nicht besser als die anderen. Sie ist individuell für mich diejenige auf die ich mich spezialisiert habe. Denn auch ich habe manchmal negative Gedanken oder Gedanken die daher rühren, dass ich schlechte Erfahrungen gemacht habe und das dann wieder hochkommt. Und das ist eben die erste Möglichkeit das Nichtdenken einfach an nichts zu denken. Viele behaupten sie können nicht an nichts denken. Doch das ist für jeden möglich. Lass uns dazu einen kleinen Test machen. Ich stelle mir jetzt bewusst dass dieses Video länger geht als die 5 Minuten die durchschnittlichen YouTuber oder einen YouTube Zuschauer zur Verfügung hat. Ich denke dieses Video ist sehr sehr wichtig. Stell Dir vor Du schaffst es tatsächlich mit diesem Video komplett die negativen Gedanken aus Deinem Leben zu entfernen. Ich glaube das ist auch durchaus wert das Video zu Ende zu schauen. Wir machen einen kleinen Test. Es geht um das Nichtsdenken. Ich stelle Dir jetzt eine Frage und Du musst sofort und schnell nachdenken und eine Antwort finden. Ist Du bereit? Ok. Beantworte sofort die Frage. Was ist Dein nächster Gedanke? Hast Du diese kleine Pause gespürt nachdem Dein Gehirn die Frage vernommen hat? Du kannst das auch gerne immer wieder noch einmal machen indem Du so tust als hättest Du die Frage noch nicht gehört und darüber wirklich ernsthaft nachdenkst. Dein Gehirn ist irritiert. Diese Überforderung führt dazu dass Du gar keinen Gedanken fassen kannst weil Du irritiert bist. Dieses dauert nur einen Bruchteil einer Sekunde bevor das Gehirn wieder in den altbekannten Modus zurückfällt und konstruktive Gedanken macht. Stelle Dir diese Frage immer und immer wieder. Und lerne dieses Gefühl der Gedankenlosigkeit kennen. Irgendwann hast Du ein neuronales Netz für dieses Gefühl kreiert. Und genau das habe ich mir auch getan. Dieses Gefühl, diese Gedankenlosigkeit ist kein Gedanke. Sie ist ein Gefühl. Und das kannst Du wenn Du einmal dieses neuronale Netz kreiert hast, dann erinnert sich Dein Gehirn an dieses Gefühl und Du kannst es gedanklich abrufen. Eben indem Du erst denkst an Gedankenlosigkeit oder an nichts denken und dann eben dieses Gefühl was damit assoziiert ist hervorholst. Und umso häufiger Du das machst desto länger werden diese gedankenlosen Phasen. Das heißt Du kannst dieses Gefühl trainieren und wenn Du an dem Punkt bist dass Du lange Phasen von Gedankenlosigkeit einfach einsetzen kannst, dann kommt der Gedanke der etwas wahrgenommen Negatives an Dich heranbringen will und Du denkst einfach an nichts. Dieser Gedanke ist nicht mehr da. Du wechselst einfach in die Gedankenlosigkeit und unterbrichst diesen Automatismus. Das klingt so einfach und es ist so einfach. Aber das dauert wenn man das in sein Leben integriert hat die Gedankenlosigkeit. Aber das kostet nicht viel Zeit und ich kann nur animieren das zu tun. Ich habe das seit 16 oder 17 da hatte ich damals einen Artikel gelesen über diese Gedankenlosigkeit und habe das angefangen und ich weiß ganz genau mit 20 hatte ich das schon voll intus. Und ich habe da immer mal wieder das trainiert. Und was ich dazu sagen möchte weil Du ja dann in Gedanken kommst und Du gehst in die Gedankenlosigkeit. Du ignorierst nicht Deine Probleme. Du ignorierst diese nicht. Du weist auch nicht fundamentalen Fragen aus. Und nein Du flüchtest auch nicht in irgendwelche Passivität. Denn diese Gedanken sind Gedanken mit denen Du Dich schon aktiv beschäftigt hast. Du hast diese bearbeitet. Ihr erinnert Euch. Und von daher ist bewusstes Nichtdenken als Instrument um gefährliche und schädliche Gedanken fernzuhalten und diesen keinen Raum mehr zu geben. Ein aktiver Prozess. Ein aktiver Prozess der persönlichen Weiterentwicklung. Und das tolle daran ist es funktioniert natürlich mit allen anderen Gedanken. Alle Gedanken die man selber als hinderlich für seine Entwicklung klassifiziert, die können unterbrochen werden. Denn das meiste Leid was wir täglich spüren beginnt mit einem Gedanken. Ich würde mich freuen wenn mehr Menschen von diesem Video erfahren und wenn Du die Möglichkeit hast dieses Video zu teilen würde ich mich auch sehr darüber freuen wenn Du das tust. Bis zum nächsten Mal Dein Samuel Bis zum nächsten Mal Dein Samuel